Ich war das nicht so, dass irgendwann das Licht ausgeht. Das wäre gar nicht gut. Ich hab jetzt schon Giz und ich bin jetzt hier irgendwie grad mitten im Wald. Jetzt sieht man einfach gar nichts mehr, oder? Naja, nicht wirklich viel, ne? Und da ist wieder weg. Soll ich... Ja, man hat mich irgendwie beruhigt. Jetzt kommt bestimmt der hin in die nächste Ecke oder anders schrecklich voll. Im Moment bin ich ganz ruhig. Ganz ruhig. Das ist so neblich. Das ist doof. Ich seh nichts. Ich glaub jetzt einfach mal so weiter. Energiesparmodus oder so in der Art. Ich seh gar nichts, aber egal. Naja, vielleicht soll ich mal wieder anschalten. Oh, die wird immer schwächer und schwächer und schwächer. Ich seh ihn nirgendwo. Das macht mich so unruhig. Wenn ich ihn wenigstens mal sehen würde. Oh, es flackert. Wo ist er? Wo ist er? Oh, scheiße. Scheiße. Scheiße, wo ist er? Wo ist er? Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich seh nix. Ah, da vorne ist er. Jetzt hab ich ihn gesehen. Ich werde so ihn jetzt rumdrehen und aufgeben. Ja, er ist direkt hinter mir. Scheiße. Aber ich hab keine Angst irgendwie. Oh, scheiße. Der ist wirklich direkt hinter mir. Ich bin so. Kann ich irgendein schneller laufen? Wie geht das? Ich drück mal Shift. Ja, das funktioniert nicht. Ist er weg? Scheiße. Wo ist er jetzt? Ich schlender hier einfach mal rum. Ich hab keine Ahnung, wo diese ganzen Locations sind, an denen irgendwas ist. Ich hab kurz Landy getroffen. Und ja. Hm. Wir sind beste Freunde. Er hat mich nicht umgebracht. Und wenn ich das nochmal spiele, dann fang ich zuerst den Rollladen zu machen, damit man nicht Bildschirm besser sieht oder so in der Art. Also, wieder ein Sound. Wie ein Gerät. Wie ein Gerät. Gefährliche Musik. Jetzt hab ich auch solche Angst. Ich hab sie nie Angst. Nie. Solange es nicht flackert, hab ich keine Angst. Und wenn es zu zweit geflackert hat, hab ich keine Angst. Das ist wie wenn man sich seinen eigenen Horrorfilm designen, ich bin das ängstliche Mädchen, naja, das nicht ganz ängstliche Mädchen, das durch die Wälder rennt, naja, nicht die rennt, ich weiß nicht, wie man rennt, irgendwie funktioniert das nicht, aber egal, dann lauf ich halt einfach weiter, und ich werde von einem bösen Mann verfolgt, der nicht mal ein Gesicht hat, und der heißt Slenny, 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 Slenny. So, das Licht aus. Und ich mach's wieder an. Naja, es ist eh kaum noch Sinn. Gras. Mir ist langweilig. Komm her, Slenny, komm, gut, 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 komm her, Slenny. Komm, Süßer, komm her. Ich glaub, ich bin schon wieder wiese Katze Alzer. Bin ich bitte? Ich glaub, ich wär schon wahnsinnig hier. Oh Mann, oh Mann. Zieh das jetzt durch den Walz in, ne? Das wird hier sehr langweilig für Leute, die zuschauen. Aber jetzt muss das nach 15 Minuten, ich hab jetzt 14, 31 oder so, aber ich muss ja nur das Menü dazu rechnen. Auf jeden Fall hab ich langsam ein Problem, weil die Sampe immer schwer her wird und so. Vielleicht soll ich's hier einfach mal ausschalten. Und weiter durch. Ach, die Judo kann halt am besten gegen einen Baum. Oh ja, das ist ja cool, wenn ich jetzt gegen den Baum laufen würde. Kann man hier gegen einen Baum laufen? Ich hab die Lampe wieder angemacht, aber das macht kaum noch Sinn, glaub ich. Das ist wieder der Zaun. Alter, langsam hab ich die Schnauze voll. Ich lauf gar nicht im Kreis irgendwie. Ich lauf einfach los und los und los und los. Ja, überall irgendwo hin, ne? Komm endlich, Sandy, hol mich doch. Ich hab keinen Bock mehr. Mir ist langweilig. Ich lauf jetzt einfach mal stehen. Dann holt er mich bestimmt ein. Aber ich will auch nicht stehen bleiben. Das will ich auch nicht. Ich lauf jetzt mal in die Richtung. Wie viele Seiten hab ich? Zwei. Oh, jetzt war ganz. Ja, ich will sterben. Bitte stirb. Hey, Sandy, wo bist du? Wo bist du? Ich will sterben. Oh, Mann. Zaun. Schon wieder. Alter. Ich fass es nicht. Dauter Zaun, ey. Ich hab keine Lust mehr. Oh, Mann. Ich will jetzt nochmal starten und nochmal gutes Licht haben. Und nochmal. Da ist wieder ein Zaun. Alter, wo bin ich hier? Hab du mich eingesperrt? Oh, Mann. Ist das Landys Falle? Wenn's Landys Falle ist, dann soll's endlich mal zuschnappen. Und wenn ihr noch so großige Geräusche reinmacht, sie habt keine Angst mehr. Wie erst langweilig. Oh, Wind. Das Glas ruft leicht hin und her in einer sanften Sommerbrise. Ist Sommer? Na, ich weiß nicht, ob Sommer ist. Auf jeden Fall kein Schnee. Also, wird's auf jeden Fall nicht Winters sein. Und, naja, vielleicht ist es kalt. Vielleicht ist es ja auch Herbst und Frühling. Na ja, Herbst denk ich nicht. Aber wenn wieder Frühling oder Sommer. Ich würd mal sagen, dass Sommer wäre alles grün ist und so. Jaaaaa. 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 Zaun! Jaaaaa. Überall Zaun! Du spielst ja nur, das ist Zaun. Ich will mal an die Location kommen, ja? Wo sind denn diese ganzen Locations? Jetzt ist die Lampe aus. Egal. Geht nicht mehr. Naja, jetzt muss es so 15-14 Minuten vorbei sein und dann zue ich noch ein bisschen mehr fürs mit Hilfe. Oh, ich bin grad an den Baum gelaufen. Jaaaaa. Wow! Yeah! Ich bin tot! Endlich! Do you want to play again? Do you want to play again? Wohoo! Ich hab's getan. Ich hab's leider doch gespielt. Ich hab grad zwei Seiten gefunden und ewig an dem Zaun entlang gelaufen und wurde letztendlich endlich getötet. Oh Mann! Ich bin tot! Endlich! Oh Gott sei Dank! Gott sei Dank! Ich bin tot! Dann geh ich jetzt mal raus. Quid ist raus, oder?